Ich traume heute nicht nur für den Frieden, sondern natürlich für meine eigene Partei, damit am 1. September viele Wählerinnen und Wähler meine Partei wählen können. Dafür wollen wir eine Gemeinschaftsschule einführen, wir wollen Nahversorgungszentren, das ist die kleinste Gemeinde und ich will einen öffentlichen Nahverkehr, der fahrscheinlich aus ist. Und wenn ich doch die Möglichkeit habe, für jemanden Werbung zu machen, dann mache ich das natürlich. Ich bin im FC Erzgebirge Aue, meinem Heimatklubverein, da komme ich schließlich her.